So, oh, können wir, wir können mit Jaimon eine neue Mission machen, nice, finde ich gut. Oder sollen wir ihr nur berichten, dass wir den Blutfang-Säbelzahn gefangen haben? Naja, das ist jetzt erstmal ganz kurz egal. Ach, wir können keine Hütte fertigstellen, nur eine neue Aufgabe von... Du bist nicht Ka... Hä, du bist nicht Karosch. Huch, hä, du bist nicht Karosch. Wartet, wartet, wartet. Erstmal, erstmal will ich Jaimon von unserer Rückkehr und einem Erfolg berichten, ne? Nein. Ich bin nicht Karosch. Ich bin nicht Karosch. Natürlich. Die Mama hat die Bär zu Hause. Oh, ich bin nicht Karosch. Ich bin nicht Karosch. Ich bin nicht Karosch. Ich bin nicht Karosch. Die große Bestie. Ich nehme an, das ist jetzt der Bär. Oder? Ist die wieder hier unten, die Mission? Nein. Hier. Alles klar. Die wurde erstmal hinzugefügt und jetzt erstmal von Karosch die Mission annehmen. Oh, was haben wir hier? Rotundfell? Ist das... Rotundfell? Glaube ich mal. Naja. Stimmt, wir wollten ja noch Mock für ihn töten. Stimmt, da war ja was. Hey, wir können doch Tensei's Hütte fertigstellen. Warum wird das... Ach, jetzt wird es mir angezeigt. Gerade eben wurde mir das so nicht angezeigt. Die geht ein bisschen ab, alles klar. Bei Voga scheint auch alles okay zu sein. Ist bei dir alles okay? Ja, ich weiß. Sorry, ich muss mal... Ups. Über eure Köpfe drüber springen. So. Yes. So will ich das sehen. Yeah. Tensei's Hütte verbessert. Oh, wir können sie sogar nochmal verbessern. Oder? Oder ist sie jetzt vollkommen ausgebaut? Ne, sie ist vollkommen ausgebaut. Sehr, sehr gut. Und jetzt werden wir... Ah, okay, da auch wieder eine Aufgabe für uns. Wo ist ein Karosh? Ah, da ist die Aufgabe. Wo ist Karosh? Hier oben, im Gebirge. Uh. Blutzahn-Mammut-Jagd. Nice. Aber jetzt erstmal will ich mit Karush... Sorry, er ist nicht Karosh, sondern Karush... Die nächste Aufgabe erledigen. Und ich glaube, es wird keine leichte. Es wird sogar, glaube ich, eine Partneraufgabe. Weil er ja Mock töten will. Und wir helfen ihm da natürlich gerne dabei. Was... Was hat Mock nochmal gemacht? Er hat zu viele Wangers getötet. Und seinen Bruder. War das nicht so? Ich glaube, er hat seinen Bruder getötet oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, Freunde. Entschuldigung dafür. Ist die Daishand hier? Die Daishand ist nicht hier. Die ist da oben. So. Stellt euch mal vor, wir können dann das Blutzahn-Mammut... Fliegst du auch wieder so weg? Wollen wir es testen? Wir testen es. Es fliegt nicht weg. Nein. Nein. Schnauze. Der ist gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Ich bin ganz schwer daneben geworfen. Das ist auch ein großes Biest. Okay, das sind Udams auch am Start. Ich habe ja meine Kollegen jetzt dabei. Kommt schon. So, der letzte Wolf krall ich mir. So. Ich markiere mal meine Kollegen kurz. Das Mammut ist weg. Okay. So. Das ist ein bisschen Nordschwarzstein. Kein Ton. Nein. Nein, 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 nein. So. Wo ist halt? und nicht kalt wird das nächste mammut das ist aber viel größer ist noch ein kleines so ich will euch gar nichts tun ich glaube nur an euch vorbei ich will gar nichts tun wo aber stellt euch mal wirklich vor wie kriegen dieses blutzahnmammut wirklich und könnte es immer wieder rufen können wir das immer wieder rufen nein das wird zu schön und auch viel zu hart finde ich glaube ich mal so ich sag mal op wäre das darum ist die mission wir haben aber keinen greifen können wir da drüben hoch wir müssen ja eigentlich hier hoch laufen können ja komm mir hoch sehr gut karo schmuss unbedingt auf uns warten er darf da nicht alleine hin er ist bestimmt sehr leichtsinnig er denkt so ja der hat mein bruder und den und den getötet jetzt hole ich mir den und das geht ganz easy höhle der gefrorenen messer damit wieder nordgelbblatt glaube ich da hat gerade was geblings oder das nächste deische hand ich sehe es doch das angreif fahrt symbol ist kommen wir aber nicht hin wie kommen wir dazu einfach hier rechts lang einfach dem fahrt folgen hier ja die haben ja eh angst vor uns nur wenn wir sie angreifen versuchen sie sicher zu verteidigen kampflos würde ich auch nicht als tier aufgeben ich wollte da jetzt schon durch rushen du hast ja den falschen tag ausgesucht oh verdammt den habe ich recht gesehen hey hier ist ein ganzes lager von denen oh das war schlecht entschuldigung jetzt passt so den haben wir auch hey lass das keine giftbomben erledigt so aber wo ist der andere so den haben wir wir kommen da auch wieder hoch das ist gut dann hole ich mir schnell die hand hier so geile aussicht geile aussicht so wieder hoch und rein da äh kommen wir hier auch nochmal hoch ja ich wollte das gerade gar nicht so ausatmen lassen eigentlich aber wenn mich halt einer sieht müssen alle leiten warum chillt karu staunten so ähm freunde das sieht nach arena kampf aus du bist schon einer von uns oder ja mag heimie braster bal ja oder mag 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 subima warst Verdammt, er ist stark verletzt. Nein, du schippst doch jetzt nicht, oder? Nein, der schippt doch da jetzt nicht, oder? Gib Karouche die grünen Blätter. Ja, hier. Verlasse die Höhle mit Karouche. Okay, gut. So, dann brauche ich jetzt noch ganz schnell den hier. Kann ich den rufen, oder nicht? Doch. Yeah, so will ich das haben. Komm, Karouche. Wir können. Komm, komm. Komm schon. Verdammt. Nein. Es ist zu hell. Gut erledigt. Weiter, weiter, weiter. Komm mal an. Nein, nein, nein. Stirb. Gut. Karouche ist dicht hinter uns. Komm her. Schnelle heilen. Weiter. Okay, Checkpoint. Ich hab's gewusst, irgendwie. War das jetzt nett gemeint, oder? Pff. Okay, das war nett gemeint. Ich hab jetzt gedacht, der will uns auch noch fertig machen. Boah. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Boah. Auge um Auge abgeschlossen. Sehr gut. So, jetzt können wir, sollen wir da schon hingehen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Doch, wenn wir einmal hier oben sind, Freunde. Uhuhuhu. Das ist da hinten. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Okay, hier lang. Sollen die da sein? Ich weiß ja nicht. Tschüss. Tschüss. Ich glaub nicht, dass sie da grad sein sollte, ne? So, aber meine Pfeile will ich trotzdem wieder an. Dank. Gätschön. Er verscheucht ihn einfach. Hatte. Das schnellste Raubtchen Oro ist dieses Beste. Er kann geritten werden. Fähigkeit Beste in Reize erforderlich. Jo, er gönnt sich. Soll auch. Er hilft mir ja mal gut. So. Hier können wir aber nicht zufällig mit nem Greifhaken irgendwo hin. Ne, das ist zu hoch. Das war grad nicht so schlau, dass der meinen Blutfang einfach angegriffen hat. Okay, wir müssen einmal um den Berg rum. Halt. So. Weiter, weiter. Können wir da runters leiden? Ja, können wir. Huiiii. Warte, da hinten ist aber Udo am Land. Da ist Ull sein Revier. Sollen wir da wirklich nochmal hin? So, erledigt. Hier müssen eigentlich ganz viele U-Dams patrouillieren. Oh, sogar Kollegen sind hier. Nice. Komm schon, Blutfang. Nicht trödeln. Weiter. Weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir die Mission schon machen können. Können aber mal probieren hinzukommen. In der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Ja, das weiß ich. War das nicht hier die Höhle von Ull? Hier müsste aber auf jeden Fall ein Außenposten gleich kommen. So wie bei der letzten Blutfang-Bästchenmeisterjagd. Ich will sie machen. Ah, jetzt kommt unsere Eule zu... Ach du Scheiße. Alter, was? Dann wissen wir ja jetzt, was wir zu tun haben. Vorher aber noch kurz Belohnungslager nochmal. So. Hier vorn, hier vorn, hier vorn. Okay, passt. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Also der Blutfang ist ein Witz gegen so einen Monster-Nashorn. Ist das schon da unten? Nein, das war hier gerade. Das ist hier gerade so lang gestürmt. Haben wir ja gerade gesehen. In der kurzen Sequenz. So, da müsste ich jetzt... Nein, da kann ich nicht runtersliden. Nochmal greifhacken. So. Gut, er ist auch da. So, wir brauchen wieder Hinweise. Ach du Scheiße. Guckt euch mal diese Fußstapfen an. Das wird kein leichtes Spiel. Das wird kein leichtes Spiel. Was willst denn du jetzt hier? Sind das auch Nudams? Ich weiß es nicht. So, warte. Wo war das jetzt hier? Ich muss es untersuchen. Ich kann es nicht untersuchen. Jetzt. Ja, wenn ich die jetzt von hier treffen würde, wäre es schon ein MLG. Aber wartet mal kurz. Da oben ist noch ein Leuchtfeuer, ne? Das hole ich mir zuerst. Das hole ich mir zuerst. So. Muss ich hier überhaupt hoch? Ja, für das Leuchtfeuer glaube ich schon So So So, dafür muss aber jetzt erstmal mein Säbelzahntiger weg Ich sehe nur einen Da Okay Wir wissen was zu tun ist, Freunde Gut Passt Der wird erstmal ein paar ausschalten Die werden den glaube ich nicht so viel anhaben können Ich habe mich da jetzt was gesehen Ach der da hinten Der ist jetzt tot Sehr gut So Erledigt Jetzt noch schnell das anzünden Und dann haben wir das Steinschnabel Leuchtfeuer Ort entdeckt So Jetzt geht es weiter mit der Mammutsuche Okay, wir können hier runter Sehr gut So Ist hier was drin? Ne, nur zum Schützen Vor der Kälte Uh, hier ist wie Nordschwarstein Sehr nice Alter So 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 Und So Zack Kopf ab Oder besser gesagt Kehle durchgeschnitten Ist dasselbe wie Kopf ab Bis auch tot So So hier runter Wölf hören wir auch wieder Ach die Mission ist da oben Ne, da gehe ich jetzt nicht hin Obwohl Wenn ja Bevölkerung erhöht sich dadurch ja immer Dann machen wir das kurz Die sind ja direkt neben uns So So Und So ich wollte nicht befreien erledigt auch wenn es nur einer ist einer besser als keiner da ist ein echt das ist eine heiße quelle ich wollte sagen echt großer teich weil es eine heiße quelle der linken dachs das war ich nicht wohin links geradeaus oder rechts ich glaube wir gehen rechts ich glaube wirklich rechts freunde hier ja da kommen wir den fußspuren näher verdammt die würden hier auf wir gehen trotzdem hier lang trifft mich nicht zeige ich doch ein venger jäger galay mündung schöne höhle okay das armband ist da oben wo ist das armband ja nix da das sind meine ziehen verdammt wo ist das armband hier gut da unten haben wir eine spur ja da unten ist eine spur das sind ziemlich viele knochen ich weiß gar nicht mehr ob ich hier hin will aber wir müssen wir wollen doch alle das große blutzahnmammut sehen so wir brauchen die spuren wieder ist es hier einfach durch eine wand gerast ich habe es gehört freunde es geht los du schaust karti ciao Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. So what Unbreaker ? Oh. We are coming. Geh! Tuck's not! Ninja will you stay. No!